Friedhelm Funkel hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Fortuna Düsseldorf um ein Jahr verlängert. Das neue Arbeitspapier gilt allerdings nur für die erste Liga. Die Einigung nach neuerlichen Verhandlungen verkündete der Verein am Dienstag. Erst in der Vorwoche hatte die Fortuna die Gespräche im Trainingslager für gescheitert erklärt und betont, Funkel werde im Sommer gehen. Daraufhin waren zahlreiche Fans auf die Barrikaden gegangen und hatten sich für einen Verbleib des 65-Jährigen eingesetzt.